so freunde willkommen zum krieg 7 days hunting gegen napro lohm und ich will eigentlich gar nicht viel zu diesem zu diesem krieg sagen weil das was hier passiert das habe ich persönlich auch noch nicht erlebt in dem rush guck dir unseren score an nur noch 20 angriffe also wir kommen selbst wenn wir jetzt alles one shot machen ja dann kommen wir nicht über 6000 punkte und das ist traurig das ist extrem traurig und auch ein bisschen beschämend muss man ja mal sagen also die sind 300 vor und haben noch 42 also dass die die um sind uns richtig weg ich persönlich habe von denen vorher noch nichts so wirklich gehört aber die haben am anfang des krieges unmissverständlich gezeigt dass sie sehr gut sind im rush ja ich glaube die hatten 14 15 one shots in folge und bei uns waren dann da schon 0 7 0 11 und so ich habe schon relativ früh gesehen okay da haben wir da haben wir keine chance und es ist ja immer so man versucht ja irgendwie so eine schadensanalyse zu machen oder ich zumindest auch wenn ich meine angriffe speziell meine angriffe aber auch so generell und ich habe also die starke befürchtung wenn die leute rush sehen dann sagen sie sofort ach ja gut okay in den beiden kriegen kann mir nichts passieren weil basiert ja eh nur auf glück und dementsprechend kann ich da ganz gemütlich reingehen nimm da irgendwas mit und wenn ich sechs steine habe dann gewinne ich wenn ich sechs steine nicht habe dann verliere ich und das führt dann dazu dass man zum beispiel vielleicht jetzt einfach hier bei so einem team übersieht dass hier zwei spotter sind oder dass hier ein strauch base weil wir werden gleich sehen die truppen und sowas heißt das ist nicht gut bei denen das ist wirklich nicht gut und dann dann vergisst man halt hier was mitzunehmen dispel mitzunehmen braucht man ja nicht unbedingt man kann ja auch vier züge slow spielen so die leute nehmen dann vielleicht einfach weil das ist ja natürlich außer sache es sind in der regel immer die gleichen leute die sehr weit unten sind ne ich meine bei mir ist es so entweder es läuft richtig gut oder es läuft richtig beschissen manchmal so dazwischen aber man sieht halt auch dass ich es auch kann wenn ich ein bisschen mehr mehr glück habe ne und wenn manchmal von den leuten sie es dann aber auch leider keine videos ne das ist halt so man kennt es ja man kennt jeder hat diese 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 spieler in der allianz die nur posten wenn es gut läuft und wenn schlecht läuft dann funktioniert irgendwas nicht ist also ja solche leute kennen wir alle und das ding ist halt ja was soll ich sagen es ist halt überraschend dass es immer dieselben sind oder fast immer dieselben und ich glaube denen die machen sich halt keine gedanken die nehmen dann die entweder denken sie nicht daran dispel mitzunehmen weil sie nicht darauf achten was auf unserem niveau eigentlich dann schon auch wieder traurig ist ja sich darüber keine gedanken zu machen oder sie spielen halt zu schlecht für rush was auch möglich ist dass sie zum beispiel nicht sehen wenn sie das und das match machen dass dann da eine kombo bei rumkommt ja ich weiß es nicht ich habe absolut keinen plan und ja das führt dann dazu dass man dann richtig richtig ablust also wirklich wahnsinn teilweise ja manche leute oder wir haben es im letzten rush gesehen ich habe stundenlang überlegt ich habe stundenlang für ein passendes team überlegt und dann habe ich es genommen und hatte einen diamanten und habe den kampf innerhalb von ein paar sekunden gewonnen andersrum genauso viel überlegen heißt auch nicht dass man automatischen sieg mitnimmt aber es hilft halt schon enorm und die one shoten halt hier ne also die machen das relativ easy obwohl hier sind zwei gegen mich jeweils aber ganz am anfang junge 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 ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen die haben da durchgeballert ohne ende so nichtsdestotrotz wir versuchen auch guck mal hier was hier für defensiven stehen guck mal das kannst du gar nicht kannst du ja gar nicht vorstellen ne so ich würde sagen wir fangen einfach hier an da sie hat gesagt für ihn ist es 3 uhr 40 morgens er wird den backup machen dann gucken wir mal das sind aber auch alles komische punkte oh je okay wir nehmen rot mit denke ich mal klar aber wir haben hier auch über wir haben viel grün wobei hier jetzt gar nicht mal das ist der einzige der drei grüne hat ich gehe einfach hier durch und fertig ich nehme mir einen nach dem anderen scheiß drauf so also rush wir haben zwei die auf alle gehen das heißt ein spotter wäre vielleicht schon nicht unbedingt schlecht äh marlin macht was gegen schatten das heißt lila sollten wir nicht unbedingt mitnehmen dann nehmen wir rot und gelb mit in dem fall rot und gelb hm lass mich mal überlegen ach ne ich spiele ja komplett anders ich spiele ja komplett anders im rush ich muss gerade umdenken spiele ja nicht spiele ja nicht 3-2 äh spott brauchen wir auch also spotter müssen wir weg machen können ja das könnten wir durch mariana aber im 20er talent dingen aber das machen wir jetzt nicht wir nehmen die mit weil die andere brauchen wir noch und da wir äh da ich mit drei roten und dann irgendwas gelbes mitnehme würde ich tatsächlich sagen wir nehmen hier die wanner mit für den spot oder fock weiß was ich nehme glaube ich ne ich nehme doch die wanner mit ähm jetzt bräuchten wir noch ein heiler also ich muss erstmal mein 3er stack zusammen kriegen warte mal so mariana nehme ich gleich nochmal mit die andere wir spielen das jetzt mit ihr und ruby vielleicht nehmen wir nehmen wir mariana habe ich noch irgendwas gutes was man da mit mariana kombinieren kann colon colon und kilian ne weißt du hast dann nehmen wir doch beide marianas mit lassen wir ruby raus und spielen mit mit beiden marianas machen wir das so sorry dann brauchen wir natürlich noch einen heiler nehmen wir auch einer mit einen mit der disbellen kann wir gehen jetzt hier mal ohne ohne achso vielleicht annabelle ist natürlich hier anfällig wir haben keinen schutz für da ah ne ich muss ähm pass nehme ich gegen alfrique wer ist grasul dann kann ich nicht mit rot reingehen siehst du das ist das was ich meine ich überlege zu viel und gleich kriege ich einfach ein rotes bot und ähm bumms den gegner weg ne aber warte mal oder nehmen wir jetzt einfach nur krampus mit dann habe ich keine heilung dabei aber wenn ich die steine kriege dann ist er sowieso ein zappen duster für mich für den gegner wir wollen das mal so probieren hier fühle ich mich unwohl dabei aber ich probier's ja okay vielleicht vielleicht nehmen wir den noch nicht ich probier glaube ich erstmal was anderes das ist jetzt kein scherz ich probier glaube ich was anderes ich nehme glaube ich den hier zuerst dann kann ich nämlich mit fast und so weiter dann kann ich ich kann erstmal meine standard helden weghauen da war ich jetzt gerade schon wieder irgendwie verwirrt weil es nicht so im rush in meiner reihenfolge lief wie ich es sonst gewohnt bin so ich bin es nämlich gewohnt fast zu nehmen und jetzt einen dispeller so äh einen 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 ähm potter und da nehmen wir jetzt den ritter mit wo ist er denn da ist er so und jetzt können wir drei gelbe mitnehmen ja da spielen wir das dann jetzt so ähm Hase Drake könnte man noch zusammen nehmen haben wir noch irgendwas gelbes was auf alle geht Penolite ist hier eine Mutter Nord dabei ne kein Minion Macher brauchen wir Penolite jetzt vielleicht nicht dann nehmen wir ähm Kulavu die nehme ich gerne in einem Einzelstack mit dann ist hier ein ein doppelter Spot ja dann brauchen wir Divana dann nehmen wir Divana mit ja ja wir nehmen Divana mit so und jetzt aber echt jetzt sind echt jetzt greifen wir echt an ja höre nochmal double check okay alles klar auf geht's ähm ähm ja dann die sind halt ja die können halt komplett chillen ne die haben halt keinen Druck mehr das ist gelaufen so wir haben unsere sechs gelben das ist sehr gut damit können wir mit Divana dann den Spot hier runternehmen und mit den beiden feuern ja das war natürlich schon mal wieder was was du nicht haben willst glaube ich dass keine Combo kommt dürfte aber nicht okay so Divana erstmal das wegnehmen so und jetzt Leonidas und Hachiko okay so erst mal gut jetzt könnten wir natürlich die beiden hier triggern dass sie auslösen ich meine ich habe ich habe den Ritter dann ne also wir hätten wir können den Ritter an kriegen das wäre glaube ich auch das nächste Ziel weil wenn wir die spielen dann kann es sein dass hier irgendwie ein Gelber noch kommt dass wir den durchschieben können wir haben hier auch Rot das geht in Grün da haben wir ein bisschen mehr Bewegung aber ich würde die erstmal da noch in Ruhe lassen solange wie es geht tatsächlich jetzt sogar auch so spielen okay er hat ein Passiv gemacht ist das jetzt sein scheiß ernst er hat ein Passiv gemacht ähm was passiert hier ach krass alter ich kriege noch dicken fetten Blutungsschaden oh sicherlich jetzt löst Carlo aus jetzt bin ich richtig am Arsch nein ich habe den Ritter ja noch an zum Glück aber ich muss Bewegung kriegen ähm ähm warum 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 ist mein Spott weg gewesen warum ist mein Spott einfach verschwunden hä wer macht das denn jetzt wer hat denn auf einmal meinen Spott geklaut oder ist der Ritter ne der hat doch auf eins gedroppt das erste oder nicht also warte mal lass mich mal überlegen hat der hat der nicht Otis auf eins gedroppt anscheinend er nicht weil Otis muss den Ritter besiegt haben und dann hat Marlin beide besiegt das ist schön wenn der Ritter funktioniert oder warte mal wie hoch ist die die Chance dass der warte mal dass der Ritter sowas macht warte mal da muss 50% Chance oder wie hoch ist seine Chance dass er sowas macht hat eine 50%ige Chance sehr sehr bei mir ist die 50% das geht nicht ok gut ja wissen wir da Bescheid alles klar sehr schön sehr schön das war wunderbar fragt man sich jetzt da bin ich jetzt wieder halt du kannst du kannst dich nicht darauf verlassen dass sowas irgendwie in irgendeiner Art und Weise funktioniert ich nehme jetzt Helden mit die ich nicht für einen Rush nutze ich hoffe jetzt einfach mal dass ich da durchspielen kann ich mache das jetzt sogar so ich nehme jetzt ganz viele verschiedene Farben mit ähm so also da werde ich ja wohl irgendwie ein Match auf der Seite ghosten können oder von den Farben das muss ja das muss ja schon hinhauen ok also ach ich weiß nicht sind wir auch mal ehrlich das war halt auch nicht wirklich gut das board ne also ich hatte ich hatte die steine da am anfang ja die hatte ich aber das war es auch er war da jetzt auch nicht wirklich zu holen jetzt hör doch auf da unten jetzt zu spielen was stimmt denn nicht mit dir er ist fast voll er ist fast voll wegen dieser Drecks Combo hier Junge 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 Okay ja fast du warst halt direkt am Arsch ne so doppelter Spott hier müsst ihr gucken das ist eigentlich eigentlich ist das eher ein ungefährliches Team theoretisch aber wer weiß mal sehen das ist jetzt Alfrieke hier würde hier würde ich jetzt tatsächlich da wir Grasul mitnehmen wir brauchen auch jemanden der dann noch Spott entfernt da ist jetzt Quintus und Alfrieke ein Spotter wäre nicht schlecht wenn wir halt Grasul nicht ankriegen deswegen würde ich mal sagen wir nehmen Ludwig mit äh Quatsch Krampus 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 und jetzt können wir uns überlegen spielen wir mit wir werden mit grün spielen und spielen das halt so und jetzt brauchen wir halt im Endeffekt wir haben wenn wir unsere 6 grünen kriegen dann können wir hier den Spott runter nehmen und dann gehen wir mit Evelyn und Elna Daha dann da drauf ich habe weder was ich habe einen match für Krampus einen match für Grasul einen match für grün ok wenn ich die roten spiele dann geht der grüne hier hin der grüne ist da dann hätte ich hier ein grünes match ja super das grüne match habe ich auch so ach das ist auch schwer ganz schrecklich dieses Bot ganz schrecklich Krampus kann ich ein match machen wenn ich Glück habe kommt hier ein grüner nach dann hätte ich hier ein grünes match und hier ein grünes match ob das so hinhaut ich wage es zu bezweifeln wenn wir natürlich die roten machen dann haben wir für gras wenn ich die grünen mache dann kriege ich die gar nicht zusammen weil ich in dieser reihe bewege und ich habe halt absolut keine chance gras an zu kriegen also die roten die sind eigentlich verschwendet weil das sind meine einzig beiden roten hier und mit denen kann ich nichts machen gar nichts das heißt grasul ist eigentlich verloren die werden wir nicht irgendwie ansatzweise ankriegen das heißt ich pokere einfach mal hier indem ich hier spiele und hoffe dass grün da kommt ja 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 es löst aus ne ich kann das jetzt nur so machen anders der hätte so oder so ausgelöst wenn ich jetzt hier langsam gespielt hätte oder halt auch auf der anderen Seite zwei Züge noch ach komm schon ich spiele extra gechillt damit ich nicht hier jemanden trigger und was passiert ich triggere natürlich ach fick dich doch ich wollte nämlich jetzt hätte diese combo nicht gekommen hätte ich den hier gespielt dann hätte ich gerade so lange ich weiß nicht ob er ausgelöst hätte oder so keine Ahnung Ach Junge So was tun wir jetzt Ah da sie eh auslöst Ach ich kann sie noch nicht mal kill Oh Das ist grausam Es ist einfach nur grausam Wurden jetzt alle gerade getroffen zufälliger Weise Krampus nicht Krampus wird jetzt bestimmt gleich von Quintus getroffen oder sagen wir mal ehrlich wollen wir jetzt nicht so viel erhoffen oder Nein doch nicht hab ich da jetzt einen spotter habe oder zwei das ist mir gerade sowas von scheißegal das ist mir sowas von natte ich muss gucken dass ich hier irgendwie hier was mache vier steine die ich dann es ist aber auch gar nichts da halt wirklich gar nichts da ja zwei Autotext direkt auf Evelyn hinterher ja klar mach den einzigen der Dispel macht hau ihn weg verlöse uns von allem hier was ein was ein Müll wirklich ich krieg nichts es kommt nichts was soll ich denn hier tun es kommt nichts ach junger was ist und das meine ich du nimmst doppelten Dispel mit du hast alles dabei was du brauchst und du kannst halt nichts machen ich meine ja es ist einfach da über das Board zu schimpfen aber das Board ist auch wirklich scheiße hier ich muss jetzt durch dicke Kaskaden irgendwas reißen da kommen wir nicht drum herum ja jetzt ist natürlich auch wieder Cleopatra am Start und halt die Cara die wir gerade mal so mühsam runter gekriegt haben wieder auf volles Leben ja sehr ich habe wieder kein grün ich habe nichts ja danke danke für gar nichts spiel ja kein grün das werden lange dreieinhalb minuten jetzt haben wir grün jippie jay aber welchen spotter gehst du denn können wir uns hier einen aussuchen drei züge noch drei züge noch ja dann kostet die welt gehen wir da hinten auf ja gehen wir auf den idioten da hinten aber ist ja schön dass Cleopatra wieder am Start ist und jetzt ist der Punkt gekommen wo ich keine Lust mehr habe das ist halber das ist echt halber ja krass krasser scheiß also muss ich echt sagen sowas sowas habe ich auch selten erlebt tatsächlich und das sind das sind keine guten defensiven das ist ja das ding die sind nicht gut und das ist das was 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 ich nicht verstehe die sind nicht gut und trotzdem kriegst du halt richtig einen auf den sack richtig richtig hart ich nehme was anderes mit sag mir was ich anders machen soll sag es mir und ich ändere es aber mehr als Dispel mitnehmen mehr als Heilung mitnehmen mehr als allen möglichen Scheiß mitnehmen kann ich halt auch nicht weißt was ihre Minions hier sie ist jetzt mein support ihre Minions klauen ne klauen sie gar nicht wir machen übertragen nur das was wir naja scheiß drauf er bumst einen raus darauf setze ich jetzt wenn einer da mit seinem spott ankommt dann neutral obwohl warte mal ich hab den panther ich hab den panther ich brauch halt auch einen heiler heiler mit minions das sind zwei spott da könnte ich auch das ne franz nehme ich gleich nochmal mit ich spiele gleich nochmal mit dem grünen team muss ich dran denken das anders jetzt brauche ich noch einen Hitter hier, du dispelst du bist dabei Junge, Junge, Junge also ich habe sowas das ist halt ich bin froh, dass ich es aufnehme sagen wir mal ehrlich, ich bin echt froh, dass ich es aufnehme das ist halt schon hart an der Grenze ich warte mal noch kann aber sein, dass Kleopatra gleich auslöst ja, das ist aber das habe ich es gehandelt das ist ja schön schön, schön, okay so, dann gucken wir mal machen wir erstmal Frieda ja, jetzt ist halt ich mache den Diamanten weil das Ding ist sie löst da jetzt sowieso aus und die heilen sich hier durch die ganzen negativen Effekte die es hier so gibt das heißt ich haue sie halt raus ich habe da keine Lust mehr auf sie ach so, sie heilt sich ja ach, das vergesse ich auch immer sie heilt sich so, jetzt heilt sie sich nicht mehr ja, er kann nicht mehr auslösen er hat null Chance aber guck 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 hier kommt auf einmal alles alles was ich brauche in meinem leben kommt hier auf einmal ach ja sehr ja komm erzähl es doch jemand anderem ich spiel dieses spiel schon zu lange um mich so ein niveau hier runter zu lassen was ist er denn hier für einer komm ja nicht noch schlimmer werden ist keine alfrieke das ist ja schon mal gut ich nehme hier jetzt ludwig mit penulite olavo boni entfernung vivica oder nehmen wir jemand anders für boni entfernung weiß dass da nimmt ja jemand anderen mit ach so spiele ich jetzt gleich noch grün oder blau habe ich will gleich noch blau mit dem hippo hippo magni sobek dann kann ich hier loki mitnehmen macht loki am rand sinn gegen die leute nein eigentlich nicht was bist du für einer entfernt boni ja weiß das loki nehme ich eigentlich gegen alfrieke mit aber ich habe ja selber noch alfrieke noch die nehme ich dann wohl ich gleich kein blau spiele was spiele ich denn dann noch grün ich könnte fog mitnehmen also es ist nicht so dass es mir an helden irgendwie mangel dass ich zu wenig dispeller habe oder sowas ne ich könnte da noch zwei drei angriffe ruhig noch mehr machen die frage ist halt ich mit alfrieke spiele dann spiele ich halt 32 das will ich nicht das will ich vermeiden ach ne sie wollte ich ja gar nicht mehr ich nehme dann gleich vivica alfrieke und drei blauer okay das habe ich bis gleich eh wieder vergessen weil ich mich jetzt hier wahrscheinlich wieder aufrege dann ja wird schon ja vivica alfrieke ne vivica alfrieke kann ich das auch hier nehmen vivica alfrieke und drei blauer ne ich habe keinen boni entferner dabei alter was ist das denn zwei spotter und ich habe keinen boni entferner dabei das heißt ich spiele mit dem hippo so hippo magny sobeck vivica und alfrieke ich weiß betonus obwohl dann sollten wir den vielleicht sollten wir den vielleicht rausnehmen betonus ist ja völlig den juckt das ja gar nicht ich nehme kulavo und alfrieke gleich zusammen mit ich nehme hier der loki kann ich ja hier nicht mitnehmen dann bin ich ja wieder warte mal in boni entfernung ich brauche noch ein boni entferner ich nehme dich für den notfall naja naja also ich habe jetzt zwei boni entferner dabei und jemanden dem das scheißegal ist gegen zwei spotter und ich habe keine minions dabei ach komm schon komm schon also rush ist echt also ich will ich will ja nicht immer immer schimpfen auf rush das will ich ja gar nicht ich gebe ja jedem jedem die one shot natürlich ja sicher die one shot ich gebe ja jedem da eine normale zweite chance hier aber irgendwie es rush halt wirklich immer müll immer häufig häufig auch häufig ok ähm lila und rot bringen uns die beiden gelben zusammen dann gehen hier vier aber ich weiß nicht wo sich die bombe hinsetzt wenn ich was ist das denn da für ein zeichen kleine menge mana wieder ach heje äh wenn wir die lilanen spielen haben wir hier chance auf blau blau wenn wir blau blau und gelb machen wir uns nicht kaputt der grüne geht warte mal der grüne setzt sich hier hin grün haben wir wenn wir dann grün ähm gibt uns mehr möglichkeiten dieses lila match ne wenn ich die gelben halt mache habe ich gelb in blau hier unten könnte gelb kommen wir kriegen maximal vivican außer hier kommt auch noch was blaues also ich würde das hier mal probieren ok was macht er denn alles er macht schaden ja gut ok soll er seinen schaden machen ich heile ja eh erstmal das problem was ich wieder sehe jo wie viel schaden macht er denn alter lax ok das problem was ich sehe ist dass ich kein blau habe wieder mal wieder mal nicht meine farbe die ich brauche wenn ich jetzt ja ich muss heilen muss heilen und mach das jetzt ja mach mach alles was du für nötig hältst da ich habe ich kriege eh kein blau gerade ich muss mich wieder hier ein bisschen an den einzelnen sachen hier lang hangeln oh vivica kassiert jetzt ordentlich so jetzt muss ich das hier spielen damit dieser blaue hier hingeht damit ich dann blau spielen darf und dann zur belohnung wenn ich dann blau gespielt habe löst er wieder aus und wir kriegen hier ein rotes match ah es ist vorbei aber wir kriegen natürlich noch eine dicke kaskade damit das vorher nochmal kommt ok alles klar aber er konnte ja wenigstens nicht viele boni entfernen lass vielleicht mal ein paar leute jetzt von mir am leben das wäre sehr nett ach der diamant geht auch direkt ach je ach je ach je was das denn jetzt gewesen ok ich lebe noch alter das ist ja richtiger schmuck hier so heil mal ich meine wir kriegen nicht viel heilung aber das ist egal den bonus da entfernen das ist gut so ich muss hier hier drauf schabum 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 hehehe 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 ahja das hast du nicht gerechnet das Spiel hehehe aber geregelt heiß kalt ja aber das ist das Ding ist ja rein von der Theorie her von der Theorie her habe ich gute Teams um da äh was zu machen aber was was springt bei mir raus scheiße ich nehm nicht den Köter hier da geh ich lieber hier zu Kufu ne hehehe dann geh ich lieber da hin zu dem Köter so äh ich brauche erst mal Schutz für Alfrike so jetzt weißt du was ich jetzt mache jetzt 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 ist jetzt spiele ich Rainbow wenn nicht jetzt wann dann pass auf ne wir spielen doch nicht Rainbow ich spiele jetzt so ich mache jetzt zu 100% Mana Kontrolle zu 100% alles voll hier ist ein Doppelspot dabei ja ist in Ordnung warte mal eigentlich müsste ich Loki dann hier hinpacken ne ne ich lasse es so ich habe keinen Boni Entferner dessen bin ich mir bewusst falls Ludwig auslöst es geht mir jetzt hier rein um Specials einfach nur um Specials ah no 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 recording Houston we are recording ah das ist aber auch dann nimmst du alle Farben mit du nimmst alle Farben mit und hast trotzdem im Endeffekt nix bis auf grün die habe ich jetzt nicht mitgenommen aber oh wow ok so eine Kaskade danke vielen Dank so ich habe alle am Start sie wird ja jetzt wohl nicht alle treffen oder na immerhin nicht alle wie lange hast du jetzt diesen Schiss hier noch einen ok dann zeig mal jetzt was du kannst puh ok immerhin so jetzt müssen wir jetzt müssen wir wieder Züge zählen so setze ich mir auch ein blaues Match auf ok Ludwig muss weg Ufo hat einen abgekriegt sehr gut Fetonus löst aus der bumsst mir bestimmt jetzt Loki raus oder sind wir mal ehrlich war ja klar es ist doch nicht wahr wie kann so wie kann sowas passieren wieder alter Lachs gut gut dass du jetzt da drauf gegangen bist oh 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 was zum Teufel Junge ich bin fast Rainbow reingegangen und hab bei einer verloren wegen keine Steine ne Junge 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 102 153 153 das sind über 200 Punkte aber es ist halt trotzdem ach du ahnst es nicht was für ein Schmock was für ein richtig auriges Gedöns 31 Angriffe hier wir haben wir kommen wir kommen nicht über 5 5 wir werden es nicht schaffen das kann ja nicht sein aber wie kann sowas sein dass ich gegen solche defensiven die das hier ist nicht gut sind wir mal ehrlich das ist nicht gut guck dir die Truppen an das ist nicht gut aber oh what the fuck sie ist da oh geil wir müssen beschwören sie sind 5 ähm also ich weiß ich nicht ich bin ratlos ich weiß es halt echt nicht ich weiß nicht ähm es ist zu einfach zu sagen ja mach dir keine Gedanken darüber das ist nur basiert nur auf Glück Glück spielt hier eine extrem entscheidende Rolle aber ich ich weigere mich zu akzeptieren dass ich die Helden mitnehme die ich brauche Boni Entfernung Dreier Stack zum killen und so weiter und so fort meistens Dreier Stack besser mal schlechter aber es würde killen und dass es immer nur darauf aus ist dass man dann nicht die Steine kriegt äh schon wieder der nächste One-Shot trudelt ein also das ist das Wahnsinn ich weiß nicht ob die äh machen die irgendwie äh was mit mit Discord einer nach dem anderen wieder oder sowas aber selbst da aber selbst da wenn da keine Steine sind dann können dir da 30 Leute bei Discord sagen mach das so oder so ich glaube bei Rush ist Discord auch kein Vorteil aber es fällt halt wieder auf ne er macht dann macht er Gitrapon ist das der jetzt auch ne das ist jetzt wieder ein anderer er hat gemacht hat er zwei gemacht er hat zwei gemacht ich weiß es nicht also ich hab nicht gesehen ob die alle gleichzeitig oder sie sieht wieder aus wie einer nach dem anderen ne ach ich also ich mag weder Discord Hits noch mag ich Rush also ist das äh mir scheiße gut wir sind zum nächsten Video vielen Dank fürs Zuschauen macht's gut ciao ciao